Ich wusste gar nicht, dass hier so heißen. Ich wusste gar nicht, dass hier so heißen. Musik 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 Ich heiße Hachal. Ich bin der ein Historiker, der die Geheimnisse meiner Gehalts erforscht. Ich benötige Peaky-Rind von Peaky-Turtle für meine Nachforschung. Kannst du mir bitte ein Peaky-Rind bringen? Oh mein Gott. Danke. Peaky-Turtle lebt in dieser Gegend. Du solltest dir also ohne weiteres finden können. Hier, bin. Dank dir spare ich eine Menge Zeit. Ich hatte so meine Zweifel bezüglich der Mercenary, aber du warst sehr hilfreich. Ich richte Tescha meinen Dank aus. Du musst das im Blaus, kann ja kein Mensch lesen. Wenn ich in Zukunft ein Problem haben sollte, werde ich die Mercenary um Hilfe bitten. Du willst mir mit meiner Nachforschung helfen? Nein, danke. Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Gehe zu Tescha. Es gibt so viele Geheimnisse im Madrigal, aber einige sollten nicht entdeckt werden wie lachhaft. Geheimnisse im Madrigal. Geheimnis im Madrigal. Ich brauche deine Geheimnisse im Heldpromen. bitte ти . Musik 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 Ja. Okay, fangen wir an... Teddys. Teddys nehmen wir noch mit, oder dann gehen wir wieder zurück in die Stadt, Sachen verkaufen. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß wieder, warum ich aufgehört hab, Quests zu machen. Das dauert ja gar nicht lange, bis man die ganzen E-Tips zusammen hat. Lass uns auf den Tips in die Stadt aus den Tips in die Stadt. Ungefähr die König von den Tips in der Stadt. Die Stadt erstaunlich. Dann geht es um Zander auf den Tipsch Show, die in der Stadt. Dann geht es um Zander aus den Tipsch Show. Musik 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 So, wir gehen wieder ins Dorf Verkaufen unseren Krimpel, bringen die beiden die drei Quests weg und dann Musik Musik So, wir sind vielleicht Level... Oh, nach oben... Level 12 Dann sind wir bald Level 15 Juhu Guten Tag Musik 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 Ich frage mich schon mal, wenn ich endlich hier 15 bin. Ich weiß echt noch nicht, ob ich die Quests mit den anderen auch machen soll. Und ich glaube nicht. Ich glaube, die mache ich nur mit ihr. Mein anderer geht das da wieder ein bisschen schneller, aber... Da will ich auch eigentlich nur zeigen, wie die so kämpfen und so. Gut gemacht, du hast den Quest erfolgreich beendet. Das Quest. Die magische Vereinigung von Madriga benötigt Poporams für die Herstellung von Wands. Nimmst du den Auftrag an? Du kannst Poporam von allen Dori-Domas-Arten sammeln. Ja. Ach, wenn nicht, na gut. Tschüss. Auch immer zu der Altenenden. Guck. Oh, kein Limmel, was ist denn los hier? Ach, was ist denn... Endlich ist die Zeit gekommen zu lernen, wie man Dori-Doma-Sushi zubereitet. Und das nach 15 Jahren Erfahrung mit Sushi herstellen. Äh, ja. Aber ich muss... Was? Aber ich muss es selbst erst üben, daher. Könntest du mir bitte helfen? Wenn du mir hilfst, werde ich dir etwas von dem Sushi geben. Was sagst du dazu? Na gut, wenn es sein muss. Fallen bitte, bring mir folgende Zutaten. 12 Dori-Doma. Cortons. Ne, Geratins. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. 5. Was, Mushurins? Oh Gott, du kannst dich von Small Dori-Doma und Captain Mushpen erhalten. Ich bin glücklich. Das ist ja so schön. Wir haben sie gekauft. Das ist das deutsche Flugzeug von Flying RPG. Wacken Panzer. Sie haben die an den происstenkenδiscalen. Wir haben die Politik und die Treppen. Untertitelung des ZDF, 2020